so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die leslie gold ein wahrer klassiker hier leider bei fräsmann für schon übertriebene 4 euro willkommen also schon etwas viel zu teuer aber ich habe mir gedacht ich komme sonst nicht an die rand und online war sie auch überall ausverkauft deswegen habe ich sie mir dort mitgenommen ja hier habt ihr noch ein paar fakten zu der leslie gold jeder dürfte sie erkennen eine der geilsten batzen überhaupt mit 50 gramm nec und ich freue mich schon unnormal das ding zu testen und das mal live zu erleben würde ich sagen sehen wir uns gleich zur zündung der lässt die gold so jetzt die lässt die gold klasse batterie die werden auch gleich noch einstellen sonst fliegt die uns um die ohren genau ich wünsche euch ganz viel spaß mit dem schönen teil let's go zum ersten mal in mein leben dieses gold kann man gar nicht auf die kamera bringen unfassbar das ist